Hey Leute, da so viele danach gefragt haben, dachte ich mir, ich mache heute mal ein kurzes Video zu den Custom Loadouts. Ich zeige euch, worauf es dabei ankommt, wie ihr sie anlegt und wie ihr sie im Spiel auswählen könnt. Let's go! Okay, dann schauen wir uns mal die Gamepacks Settings an. Wie ihr Gamepacks installiert, worauf ihr darauf achten müsst, was die verschiedenen Mods zu bedeuten haben, wie ihr eure Rückstoßwerte ermitteln und korrigieren könnt etc. pp. Das habe ich euch schon in einem anderen Video gezeigt, das verlinke ich euch hier oben mal. Schaut da mal rein, wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt und wissen wollt, worauf es ankommt. Gerne könnt ihr auch unseren Discord oder meinen Discord Server hier joinen. Dort sind schon eine Menge wirklich cooler Leute, die euch da zur Verfügung stehen oder wo ihr eure Fragen stellen könnt, die mit Sicherheit beantwortet werden. Ich schaue da auch regelmäßig rein und versuche euch da mit Rat und Tat zu unterstützen. Schaut mal rein, der Link ist in der Beschreibung. Wir gehen jetzt aber hier erstmal jetzt auf die Primärwaffe, die hier grün hinterlegt ist. Hups! Die hier grün hinterlegt ist. Das solltet ihr für euren Ground-Loot benutzen. Ihr startet ja in das Spiel und habt noch keinen Loadout ausgewählt. Demnach habt ihr hier, wie gesagt, euren Ground-Loot, den ihr hier definieren könnt. Ihr solltet das Ganze meiner Meinung nach auf Regular Fire gestellt lassen. Ihr könnt hier selbstverständlich auch schon eine Waffe vorauswählen. Wie jetzt zum Beispiel eine, keine Ahnung, Kilo, M13, was auch immer. Das Problem ist nun letztendlich, wenn ihr hier jetzt eine Waffe vorausgewählt habt, sagen wir eine M13, und im Spiel aber dann eine AK findet und die spielt als Primär, dann kann sich das natürlich negativ, die vorausgewählte M13, auf eure AK auswirken, weil die M13 natürlich andere Rückstoßwerte hat als eine AK. Daher würde ich euch da wirklich empfehlen, das auf Regular Fire stehen zu lassen, den Anti-Recoil-Wert dort drunter auf 100. Damit wirklich fahrt ihr ganz gut. Das funktioniert immer noch besser, als wenn ihr die Waffe so aufhebt und so damit spielt. Lasst es wirklich so, kann ich euch nur empfehlen. Ihr müsst halt nur darauf achten, dass ihr den primären Fire-Mod hier schon auswählen müsst, wenn ihr das auf eurem Loadout nachher benutzen wollt. Also wenn ihr Dropshotten wollt oder so, dann müsst ihr das hier schon vorausgewählt nehmen, weil sonst könnt ihr das auf eurem Loadout nicht benutzen. Ihr könnt die Mods jederzeit deaktivieren, indem ihr die Touch-Taste und X dazu gedrückt haltet. Ihr merkt dann beim Deaktivieren eine starke Vibration, und genauso könnt ihr das Ganze auch wieder aktivieren, indem ihr wieder Touch und X drückt mit einer leichten Vibration, die dann als Feedback kommt. Leider äußert sich das nicht visuell auf dem Chronos, aber daran gewöhnt ihr euch schon. Also das ist eigentlich ganz easy und auch sinnig. Wenn ihr zum Beispiel eine AUG habt oder so, die ja dann hinterlegt ist mit einem Rapid Fire, könnt ihr in einem Fahrzeug nicht mehr richtig Gas geben, weil ja simuliert wird, dass ihr den Trigger drückt und loslasst. Und das ist ja auch eure Taste fürs Beschleunigen. Demnach wird das Auto oder das Fahrzeug halt nicht richtig fahren. Dann, wie gesagt, die Touch-Taste drücken und X. Ihr merkt eine starke Vibration, dann sind alle Mods aus, dann wird alles wieder ganz normal funktionieren. Und wenn ihr aus dem Fahrzeug aussteigt, drückt ihr einfach nochmal Touch und X, merkt eine leichte Vibration und dann ist alles wieder eingeschaltet und ihr könnt eure Mods wieder ganz normal nutzen. Merkt euch einfach Touch und X zum Aktivieren und Deaktivieren, das funktioniert gut. So, dann gehen wir weiter auf die Custom-Loadouts, die ihr dann definieren könnt. Ihr solltet die Loadouts hier im Gamepack so anlegen, wie ihr sie auch im Spiel angelegt habt oder halt umgekehrt. Alternativ könnt ihr euch die natürlich auch auf einen Zettel schreiben, um dort zu wissen, was ihr wo hinterlegt habt. Das macht die Sache dann ein bisschen einfacher. Ich hinterlege es so wie im Spiel. In meinem Loadout 1 habe ich die Amex und die Mac-10 und demnach das hier auch so definiert. Die Loadouts auswählen könnt ihr im Spiel ganz einfach, indem ihr die L1-Taste gedrückt haltet und dazu das Touchpad. Dann öffnet sich das Loadout-Menü auf dem Kronos und ihr könnt dann mit der Pfeiltaste das entsprechende Loadout auswählen und mit X bestätigen. In meinem Fall jetzt halt hier die Amex und die Mac-10. Drücke X und dann ist die Waffe ausgewählt. Wie ihr sehen könnt. Dann mit Dreieck einmal wechseln, seht ihr die Mac-10 und die Amex. Wenn ich jetzt meinen Loadout 2 auswählen möchte, zum Beispiel, das wäre in meinem Fall jetzt die AUG und die Amex, wähle ich hier halt Loadout 2. Ich habe jetzt hier die AUG und die Mac-10. Ganz easy. Ich würde euch zusätzlich empfehlen, weil ihr könnt jetzt auch alles deaktivieren an Waffensettings, in dem ihr einfach Touchpad und Vierecke drückt haltet. Dann seht ihr, es erscheint ein Disabled. Das könnt ihr wieder machen, wenn ihr neu einsteigt ins Spiel und wieder auf euren Ground-Loot im Endeffekt wechseln wollt. Wobei das halt auch nicht so gut ist, als wenn ihr den Ground-Loot halt selektiert. Ihr könnt euch zusätzlich, so mache ich es immer, ich zeige euch das mal hier in den Settings, ihr könnt zusätzlich, weil ich denke, man braucht nicht mehr als vier Loadouts, die man hier definiert. Also ich spiele sowieso immer nur mit zweien, aber das ist natürlich auch unterschiedlich von Spieler zu Spieler, das kann man nicht verallgemeinern. Aber ich lasse mir hier als Custom-Loadout 5 immer nochmal das Ganze im Regular Fire, sodass ich halt, wenn die Runde neu startet, wieder mit der L1-Taste und Touchpad auf das Loadout 5 gehen kann und wieder mein Regular Fire, mein Ground-Loot selektieren kann. Weil anders kommt ihr da sonst nicht wieder rein. Ihr könntet das machen, indem ihr einfach eure Gamepacks einmal durchschaltet, wieder frisch das Gamepack öffnet. Aber das finde ich zu kompliziert oder zu nervig auch letztendlich. Daher habe ich meinen Loadout 5 auch immer auf Regular Fire. Ja, ich denke, das ist soweit alles. Das sollte eigentlich verständlich sein. Und ja, falls ihr, wie ich anfangs schon erwähnt habe, noch Fragen habt, dann kommt gerne auf den Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Ansonsten viel Spaß und bis zum nächsten Mal.